Wir haben auf vielen Veranstaltungen unsere Positionen zur Europawahl klargelegt. Wir haben hunderte Reden gehalten, wir haben viel geschrieben. Am Sonntag ist es jetzt soweit. Wer den europäischen Sozialstaat und mehr soziale Sicherheit und Solidarität in Europa haben möchte, wer auf Abrüstung statt auf Aufrüstung setzt, wem das Klima in Europa wichtig ist und wer für mehr Mitgestaltung der europäischen Politik durch die Bürgerinnen und Bürger, also für direkte Demokratie ist, der sollte wissen, auf Ihre Stimme für die Linke kommt es am Sonntag an. Am Sonntag ist es soweit. Wählen Sie links.